Ist es Trash oder Gold? Schaut doch einfach rein! Ich habe mich hintergeladen, um das auszunutzen. Einerseits, wie gesagt, für Let's Show und andererseits, um zu gucken, was ich mir am Ende des Abbotements selbst kaufen habe. Gut, das Spiel Carry On ist relativ neu, ist dieses Jahr erschienen und ist ein Metroidvania mit Monster. Da! Oha! Okay, da kommen wir nicht raus. Hm, der Gang hier. Alter, ich finde dieses Bewegungssystem geil. Ja, seht mich, lauft aber entkommen. Werdet ihr nicht. Ahaha! Ahaha! Der Look sieht sehr geil aus. So funktioniert das Ziel. Okay. Ahaha! Mein Vater! Ja! Ahaha! 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 Ja! Knabbern mal. Ahaha! Ahaha! Ha! Alter, das ist, das ist, das ist geil. Das ist geil. Oh, ich hab irgendwas aktiviert. Aua, alles klar. Ich frag mich, was ich bin. Bin ich ein Alien? Bin ich irgendeine von Menschenhand geschaffene Kreatur? Keine Ahnung. Aber was ich bin? Sorgreich. Biomasse, Ausbreitung, Speicherpunkte, alles klar. I get it. Es leeebt. Du startest sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich finde es gerne, man kann auch so richtig vorsichtig sich vortasten. Ungesicherte Minenschicht, alles klar. Verdammt, ich kann da nicht durchgreifen. Mist. Das ist doch der einzige Weg, den ich gehen kann. Das geht nur in eine Richtung. Ja, gehen wir nochmal zurück. Irgendwo wird es schon einen Weg geben. Oh verdammt. Das geht nur in eine Richtung. Ah, einfach da hinten durchbrechen, alles klar. Ja, Fleisch, Biomasse. Das geht nur in eine Richtung. Das geht nur in eine Richtung. Das geht nur in eine Richtung. Alter. Einfach mit der Tür 2.5. Das ist geil. Das ist geil. Lecker, 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 lecker. Arachnofizid... was? Ich habe hier Spinnenfähigkeiten, sehr cool. Ah! 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 Ja, das ist doch praktisch. Ich nehme immer mehr Masse zu, ich frage mich, wie groß man so werden kann. Ah! 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 Ich kann mir mal was zu holen. Ah! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sind Erinnerungen. Das war's für heute. Das finde ich aber cool. Ein spielbarer Abschnitt mit einem Mensch. Eine strukturlose Masse. Sind wir das? Okay, das wird definitiv ein Projekt, das ich machen werde. Das Spiel gefällt mir echt gut. Alles klar. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich würde sagen, das letzte Show ender in dieser Stelle. Das Spiel werde ich definitiv als Projekt machen. Also zu dem Zeitpunkt, wenn dieses letzte Show läuft, ist das Projekt wahrscheinlich schon der Anbelang. Und ich war's für heute. Und wenn du wieder am Ende unserer Show angelangt, wie fandet ihr diesen kleinen Einblick, Trash oder Gold, vielleicht sogar eine Mischung aus beidem? Teilt uns eure Meinung mit und schreibt es in die Kommentare. Ihr kennt auch Titel, die eine kleine Erwähnung wert sind und auf die man ruhig ein oder sogar zwei Blicke werfen kann. Haut sie raus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Let's Show.